Wir lieben Vögelein, stimmt eure Lieder ein und singt aus voller Brust die Waldesnust. Wir lieben Vögelein, stimmt eure Lieder ein und singt aus voller Brust die Waldesnust. Waldesnust, 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 oh wie einsam schlägt die Brust. Mein Vater kennt mich nicht, die Mutter liebt mich nicht und sterben mag ich nicht. Bin noch so jung, mein Vater kennt mich nicht, die Mutter liebt mich nicht und sterben mag ich nicht. Bin noch so jung, so jung, so jung. Ich spiel jetzt nur Solo-Burschen, aber ihr müsst genau zuhören, das ist immer ein bisschen anders. Ich kann nur so einer einzigen Duo spielen, es ist die sogenannte D-Generatur. Ich bitte euch ja genau auszugeben, was ich spiel. So, ich spiel jetzt nur Solo, ich fang jetzt an. Aber eigentlich muss ich ja noch mal klar sein, meine Lieben, wenn ein sogenannter Oberdame solliert, dann haben die Unterdamen zu jubeln. Also, jubeln! Einigermaßen matt, meine Lieben, ich bin sehr matt, da werden wir wieder einmal die Stadler erhöhen. Ja, wir werden an dieser Stelle ganz einfach einmal welkommen genial ins Spielevorstand. In der Mitte, meine Lieben, ein geniales Trompeteure unseres Geschlechtes, seine Eminenz, Richard von Bürokammer. Jubel! Zu seiner Linken, meine Lieben, an der Palaleika, auch ein Schluchtritter der ersten Stunde, Stefanus, zum Fräherhaus, Jubel! Jubel! Zu seiner Linken und von Ihrem Ausgesellere von der Rechnung, einer, weil er ihn in der ersten Riege von seinem Zivilberuf kennt, also ja, wie wir alle wissen, Kommandeur der österreichischen Zitterpolizei, aber er ist ein Geborener, so wie wir, Primus von der Zitter! Jubel! Aber ihr Lieben, der, für den wir uns nach wie vor am meisten schelieren, und den aus diesem Grunde auch immer hinter uns verstecken, da muss ich es einmal dazu sagen, Er ist der einzige Außerirdische unter uns, aber er ist auch ein Edler von, und er ist ein ganz Großartiger, also er ist ein bisschen Sorge, hat so ein Nachtkastel, auf den darf er mitklopfen, das ist der Alfred von da hinten raus, da ist er! Jubel! 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 Er ist ein langere Jahre versteckter, unehelicher Sohn, von unserer Eminenz, von der Büroklammer, gell? Er ist auch ein Schluchtritter mittlerweile, und ist bei Franz Welser Möst in den Gesamtsunterricht gegangen, und kann seither wirklich auch, muss man schon sagen, ihr habt es ja selber gehört, Felix vom Bär! Jubel! Das war's nicht mit! Weil des Durst, weil des Durst, in einer Sommernacht, ist mir die Lieb erwacht, mein Schatz ist weit von mir, was liegt daran? in einer Sommernacht, ist mir die Lieb erwacht, mein Schatz ist weit von mir, was liegt daran? bald ist Durst, bald ist Durst, bald ist Durst, oh, wie einsam schlägt die Brust, kommt einst der Tod herbei, ist mir das Einerlei, legt mich zur kühlen Bruch und singt dazu. Kommt einst der Tod herbei, ist mir das Einerlei, legt mich zur kühlen Bruch und singt dazu. Fürs immer wieder bis zur Kühlen Brunsch und singt dazu. Ich habe es das ist ein Problem, in einem Aussagen, das ist ein Problem, die sie mit der Kühlen auf der Dichte benutzt. Ein Problem, wir tun die Kühlen, das ist ein Problem, was es bestimmt beitzteilt. wir tun sie vor, wir tun, dass es nur welche, dass es nicht mehr, aber das ist, es gibt einen